Das war der letzte. Bereich gesichert. Tiger 43 an Turm, der Raum ist gesichert. Alle neun Insassen wurden neutralisiert. Sehr gut. Protokoll 10 macht große Fortschritte. Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten drei Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Zielperson setzt drauf ein, um zu fliehen. Ziel in Bewegung. Sag bloß. Äh? Äh? Was hab ich denn da geworfen jetzt? Was war das für ne Scheiße wieder? Ich bin schon wieder fast tot. Ich hab gar keinen Bock mehr langsam. Ich kotze das schon wieder an. Äh, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Das war auch scheiße wiederum. Das war auch wieder scheiße. Aber einer ist weg. Mir nur egal. Ach soo. Ich hab die Dingens geworfen. Jetzt weiß ich's. Aber wie und was ich welche Kombination ich gedrückt hab? Keine Ahnung. So, einfach nur RT. Ziel verloren. Verfolge Ziel. Das war scheiße jetzt. Das war richtig krass scheiße. Das war richtig krass scheiße jetzt. Zielperson über meiner Position. Aber der eine ist eingefroren und kann sich nie in seinem Leben wieder befreien selber. Dann hätt ich ja einfach alle einfrieren können. Ihr habt einen von euch Torfeln ausgeschaltet. Geil. Habt ihr es gesehen, wie ich das gemacht hab jetzt? Monate des Trainings und ihr schafft es nicht, Batman zu besiegen. Das ist inakzeptabel. Das sieht man mal, ne? Da muss man überhaupt nicht vorsichtig vorgehen oder so. Man kloppt sich einfach durch. Wie ein Spast hab ich mich da bewegt. Überhaupt nicht so, wie das Spiel das will. Und trotzdem hab ich's geschafft. Mit anderen Worten, ich hab dieses Spiel... Ich bin so scheiße. Ich hab dieses Spiel überlistet, hab ich das. Ja, so läuft's nämlich. So und nicht anders. Denn nicht Batman oder nicht Robin oder nicht Joker machen hier die Regeln. Und schon gar nicht Hugo Strange oder die Entwickler, sondern ich mach hier die Regeln. Damit das ja hier mal ein für alle mal klar ist. So. So, das musste gesagt werden jetzt. Nicht mit mir, ey. Nochmal erwischst du mich nicht. Warum gehst du nicht kaputt, du scheiß Ding? Wie muss ich jetzt hier da rein, oder was? Ich muss da rein jetzt. So. Von welcher Seite komm ich denn jetzt hier rein? Nein, Batman, was machst du da wieder? Was machst du da wieder? Hm, ich muss doch hier rein, oder nicht? Wäre ich zu... Wäre ich zu beobachten? Durch? Muss ich durch den Boden, oder was? Mal gucken, mal gucken, was hier los ist. Ich muss da rauf. Ich muss da rein, meine ich. Sorry. Ich muss da rein. Ach, hier. Wie wäre es einfach das Haken, wo ich von dran vorbeigelaufen bin. Äh? Abgelehnt? Liebesvieh, abgelehnt? Achso, jetzt gibt es sogar mehrere. Okay. So, jetzt haben wir es endlich geschafft hier. Rauf mit uns. Drück den Knopf, oder muss ich das jetzt auch noch hacken? Hacken! Was wird das für eine Befriedigung sein, Hugo Strange die Scheiße aus dem Leib zu prügeln? Was glauben Sie, was ich da machen will? Sie können mich nicht aufhalten. Ich habe gewonnen. In einer Stunde wird der gesamte verbreicherische Abschaff in Flammen aufgeraussert. Und dann sind Ihre Verbündeten an der Reihe. Ich werde Ihren ergebenen Diener aus Wayne Manor herausruhen und durch die Straßen von Koffer flyern. Doch klinge ich ihn ab, der Weltvertretten scheitern zu berichten. Mein Artenfick ist ein Erfolger. Hier können wir nun verliehen und aufgericht gehen. Nächster Halt, Beobachtungsplattform. Vorsicht der Aufzug. Sichert die Tür. Ja. Sobald die Tür aufgeht, tützen wir jeden im Aufzug. Es könnte einer von uns sagen. Nein, die Zentrale sagt, es ist Batman. Cool. Geladen und entsichert. Mach die Tür auf. Boom. Wer ist jetzt da, Alter? Man, jetzt bin ich richtig sauer hier. Batman ist einfach so ein krasses Spiel, ey. So macht das einfach... Ach, so macht das richtig Spaß, einfach Let's Player zu sein. Wenn mir jetzt noch jemand einfach alle Spiele einfach bezahlen würde, das wär's, ey. Boah, das wäre ein Traumjob. Dann wär's ein Traumjob. Wenn man nicht so eine Scheiße spielen müsste wie... ...Hunted oder Brink oder so'n Wichs. Rotz. Dreckig ist der Mist, den ich jemals gesehen hab. Hunted, boah, ist schlecht gewesen. Also Hunted, du wirst wirklich ohne Witz mit das schlechteste Spiel, was ich kenne überhaupt. Der hat ne Waffe, der hat ne Waffe. Junge, diesmal seid ihr nur mit 5 Mann oder sowas hier. Junge, bleibt weg, bleibt weg, ich schau den... AHiquer超 Rbreaker. L Space trabalho �' und Box Bleib weg. Den kann man nur so wirklich mal ange毫im! Ja, Batman ist so zu viel auch... Komm herr! das ist die rache das ist die rache wieder die ganze zeit tote 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 so wo müssen wir lang jetzt wo müssen wir jetzt lang ach du scheiße ist das eine aussicht aber wo müssen wir jetzt lang wir müssen weiter nach oben die haben uns einfach angehalten okay ich hab's doch gecheckt habe ich nicht gecheckt ich hab's nicht gecheckt ist falsch müssen wir uns da hochziehen hier selber ah jetzt nee warte mal das war falsch lass mal los jetzt lass mal los kann ich mich nicht da dran ziehen ich muss ja wohl auch nicht hier runter springen warte mal da ist doch ein kasten was mache ich denn schon wieder will ich hier einfach runter jumpen man einfach die scheiße hacken oder wie wäre es damit doch was wird abgelehnt dankeschön 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 ne 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 einfach rüber hangeln das habe ich schon mal im let's play gefragt ob man dann auch in spielen die angriffe jetzt auf das museum konzentrieren kabel kurz fest und dem erdboden gleich machen bestätigt so soll ich hier sein soll ich gar nicht sein auch schnell weg was ist das das ist nicht richtig äh oh scheiße ich will jetzt hier nicht runter fliegen wow das war sogar richtig oh gott ich hab angst hier runter zu fallen guckt euch das mal an ich lasse mich auf mich mal an jetzt leute guckt euch das an die ersten bombardements auf das museum wurden durchgeführt das ziel wurde nicht zerstört das ist äußerst enttäuscht wird einen weiteren schlag vorbereiten ich will dass das museum ausradiert wird ich bin fast oben ich werde ihn aufhalten ich weiß wie hat er all das schaffen können er hat hunderte von menschen umgebracht und das mit dem segen der stadt er ist verrückt er hat einen helfer wenn protokoll 10 gestoppt ist finde ich heraus wer es ist ich melde mehrere treffer in sektor 2 so immer weiter höher immer weiter höher tiger zentrale wir sind beim turm keine spur von batman die suche fortsetzen bestätigt suchen den turm ab ich glaube das ist wirklich der höchste turm auf dem ich jemals in einem videospiel war ich glaube das ist sogar höher als bei es ist die eine kirche da ich glaube beim 2 oder so ja doch ich bin fast sicher und wir sind noch nicht mal ganz oben vielleicht ist er abgestürzt die suche in den unteren bereichen fortsetzen bestätig zentrale wird jetzt ein neues zeitalter anbrechen raus jetzt hier kannst du erzählen was du willst das ist der höchste turm den ich jemals gesehen habe batman ist ein lündiger gegner er ist gefährlich aber nicht unbesiegbar so hoch mit dir battman hoch mit dir jetzt nur noch die tür finden das ist ein ruhmreicher tag protokoll 10 wurde aktiviert und batman wird schon bald sterben wo komme ich jetzt rein ich bin so scheiße und sagt bitte gar nichts dazu er wird versuchen dort hineinzukommen er wird versuchen euch zu besiegen lasst es nicht zu